Und zwar geht es um ein Banner, das während dem Spiel von den Ultras der Veteranern gezeigt wurde. Auf dem stand, kein Schutz für Täter, Solidarität mit Betroffenen, Missent hat Hals, Maul. Ich weiß nicht, ob man das gerade, ja, man sieht es. Ja, also, dass sowas kommen kann, war, glaube ich, klar. Die Frage ist halt, wie man das anschließend kommentiert und ob man es überhaupt kommentieren sollte, Sebastian Sven Missent hat sich dazu entschieden, dass er darauf reagiert, hat auf Instagram zum einen das Bild mit den Spruchbändern gepostet und hat dann noch ein Statement dazu abgegeben. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal vorlesen. Genau, er hat nämlich geschrieben, mein Verständnis von Demokratie und Judikative ist ein anderes, nämlich eines, welches niemals vorverurteilt und das Prinzip der Unschuldsvermutung gilt. Wenn Teile der Bremer Fankurve das anders sehen und leben, ist dies nicht mal in der Bedeutung für sie selbst zu Ende gedacht, geschweige denn für unsere Gesellschaft. Er spielt damit natürlich auf die Vorfälle an, die sich letzte Woche in Wolfsburg geeignet haben, als Bremen-Fans ja willkürlich sich einer Polizeimaßnahme unterziehen mussten und das zu Recht auch kritisiert haben, muss man sagen. Und auch da argumentierte man natürlich damit, dass man mehr oder weniger unschuldig jetzt hier festgehalten wird und vielleicht auch schon für Dinge beschuldigt wird, die eigentlich noch gar nicht stattgefunden haben und auch nicht stattfinden werden in der Regel. Also ja, okay, später in der Presserunde ergänze da ein bisschen auch nochmal, es sollte niemand vorverurteilt werden, Atta ist nicht verurteilt. Es ist schon interessant, dass die Werder-Kurve für den Polizeieinsatz in Wolfsburg keine Vorverurteilung fordert und hier aber eine vornimmt. Es sind für mich schon nochmal zwei unterschiedliche Dinge, muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich dieser Polizeieinsatz, ja, also da gibt es ja noch nicht mal einen Anlass eigentlich, dass die Polizei tätig werden müsste. Und bei Atta ist es ja schon so, dass er zumindest Beschuldigter einer Straftat ist und zwar nicht nur ausschließlich durch die Polizei beschuldigt wird, sondern es gibt ja immerhin eine Klägerin. Genau, also das kann man schon sagen, dass man das nicht komplett vergleichen kann, aber dennoch ist natürlich in einem Spiel beide Vorfälle zu thematisieren mit komplett anderer Konnotation ist halt dann schon auch ein bisschen schwierig. Ja, und man muss ja auch nochmal klar sagen, ja, wie drücke ich es aus? Also das Banner ist halt auch nicht besonders klug gewählt, also die Wortwahl ist nicht besonders klug gewählt, weil der erste Satz, kein Schutz für Täter, ja, das geht halt nicht, weil er ist kein Täter. Also rein juristisch gesehen ist Sascha kein Täter, Sascha, sorry, ist Atta kein Täter und ich glaube, wenn du wirklich dieses Banner auf Solidarität mit Betroffenen, müssen das halt halt zum Maul, wenn du das einfach so gehalten hättest und dich dann später zum Beispiel auf einer Webseite dazu nochmal geäußert hättest, detaillierter dir mehr Zeit genommen hättest, um diese komplexe Geschichte aufzurollen, da hättest du vielleicht mehr mit erreichen können, als jetzt hier mit diesem Banner, ja, das sich natürlich auch ein Stück weit dann direkt, ich sag jetzt mal angreifbar macht, also beziehungsweise kann man dich relativ schnell debanken für diese Nummer und zurückschießen und sagen, ja, hier, was ist denn, wie es Miss Hintat ja auch macht mit der Judikative, wo sind wir denn hingekommen, wenn wir jetzt schon Leute als Täter bezeichnen, die halt einfach nur von jemandem beschuldigt werden und es wurde noch überhaupt nicht gerichtet über diese Menschen, beziehungsweise die wurden noch nicht mal angeklagt. Alexander Werler hat sich auch zu Wort gemeldet, Sebastian, und der wird noch deutlicher, bin ich der Meinung, vielleicht kannst du auch das mal ganz kurz zum Besten geben. Genau, und er hat gesagt, ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet und ich finde das auch sehr traurig. Ich lebe in einem Land, in dem es um die Unschuldsvermutung geht und nicht um Vorverurteilung. Wir werden uns wieder dazu äußern, wenn die juristische Sachlage noch klarer ist, dann wird auch jeder verstehen, warum ich die Themen, die wir in Bremen gesehen haben, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Jo, das ist sehr deutlich. Ja. Ob es schlau ist, weiß ich nicht so richtig. Ja, ich weiß auch nicht, ob es schlau ist, sich nach dem Spiel nochmal zu dem Banner zu äußern, weil ich glaube, die Zuschauer, Neutrale und Nicht-Neutrale, haben sich da auch relativ schnell drüber eine Meinung gebildet und ich finde, man kann den VfB kritisieren für den Umgang mit dem Spieler, der Bestandteil eines laufenden Verfahrens ist. Also man kann sagen, hey, ihr dürft den nicht, ihr solltet den nicht einsetzen. Man muss ganz kurz juristisch richtig sein. Ich glaube, er ist nur Bestandteil einer Ermittlung bislang. Oder so, genau. Verfahren gibt es ja noch nicht. Stimmt, genau. Also er ist Bestandteil einer Ermittlung und solange solltet ihr den nicht einsetzen, gerade wenn ihr euch Werte auf die Fahnen schreibt und für euch das wichtig ist, dann solltet ihr das nicht machen. Aber ich meine, allein wir haben vor der Sendung schon, wir wollten, glaube ich, kurz drüber reden, haben da eine halbe Stunde drüber diskutiert und festgestellt, wie komplex dieses Thema ist. Und das Thema hat halt eine Komplexität, die meiner Meinung nach nicht auf drei Stoffbahnen passt. Und wenn man das macht, macht man es sich halt relativ einfach und es hat in dem Fall meiner Meinung nach nicht funktioniert. Und wie du sagst, Solidarität mit Opfern hätte vollkommen gereicht. Da hätte sich jeder denken können, was gemeint ist. So macht man es sehr, sehr konkret, Solidarität bezeichnet jemanden als Täter, der nicht als Täter verurteilt ist. Auch das könnte schon wieder tatsächlich eine Straftat sein, wegen der Nachrede. Und ich habe jetzt wirklich generell überhaupt gar kein Problem mit Bremer Fans und Bremer Ultras, aber ich fand, wie sagt Glenn hat immer so schön, das Unterkomplex dargestellt. Ja, das ist auch so. Es ist natürlich auch noch ein Problem für uns alle, dass wir eigentlich gar nichts wissen. Also alles, was wir wissen, wissen wir aus der Zeitung und surprise, surprise, die wissen nicht mehr als wir. Ja, das heißt, es gibt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja noch nicht mal eine Gerichtssprecherin in Ibiza, die sich da mal ausführlich oder der sich dann, wenn es einen Sprecher geben würde, ausführlich zu dieser Causa geäußert haben könnte. Das heißt, es gibt einfach nur ein paar Akten, die sagen, es gibt diesen Vorfall, es gibt eine Frau, die behauptet das, es gibt den Atta, der ist beschuldigt und wir ermitteln jetzt gerade mal. Und dann wurde der auf Wunsch seines Anwalts, ich glaube, nach Mallorca verlegt. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit eine Fliege haben, aber es sind die schäbigen Themen. Jetzt lasse ich sie einfach fliegen. Sei es drum. Also, auf was will ich hinaus? Die Presse weiß auch nicht viel, macht daraus aber schon relativ viel, nicht alle, aber manche. Und wir kriegen unsere Informationen dann mehr oder weniger aus der Zeitung. Und aber auch, jetzt sage ich mal, bei Alex Werle, deswegen sage ich jetzt, finde ich die Aussage gar nicht so klug. Er hat ja auch nur eine Quelle, die er anzapfen kann. Und das ist Atakan Karasor. Das ist schon mal eine mehr, als wir alle und die Zeitung zur Verfügung haben. Aber trotzdem kennst du ja erst mal nur eine Seite. Klar kann man dann sagen, okay, wenn ich die Seite kenne, ich vertraue dem Spieler XY. Aber ich finde solche Aussagen nicht besonders sinnvoll. Also, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, ja, wenn ihr wüsstet, was wir schon wissen, dann würdet ihr auch darüber anders denken. Das ist immer schwierig, glaube ich. Genau. Und ich finde tatsächlich auch schwierig, die Kommunikationsschiene, die Spin Missintat vor allen Dingen betreibt, das ist einer unserer Jungs und einer unserer Spieler. Und das ist ja so ein bisschen so ein Bro-Kult halt. Finde ich auch nicht gut. Einfach sagen, der Spieler spielt, wir haben so entschieden und damit ist gut. Und dann wird halt nicht mehr diskutiert. Einfach sagen, wir haben so entschieden und dann war es das. Aber dieses, weißt du, wie ich meine? Wobei, Clemens Fritz, also Leiter Lizenzbereich bei Werder Bremen, hat sich ja in einer ähnlichen Richtung geäußert. Er meinte ja auch, ich bin weit davon entfernt, unsere eigenen Fans zu kritisieren. Aber ich als Verantwortlicher würde mich auch vor meine Spieler stellen, solange er nicht vorurteilt ist. Als Verein versuchst du immer, deine Spieler zu schützen. Genau. Das ist ja das, was Missintat auch versucht. Nur ich habe bei mir festgestellt, weil ich mir natürlich auch lange darüber Gedanken gemacht habe, wie man eigentlich dazu stehen würde, wenn das jetzt zum Beispiel nicht ein Spiel, das war auf Bischöcker, wäre, dass ich das schon ändern kann dann ganz schnell. Also für mich ist Atakan Karasor einer von uns, weil er halt das Trikot mit dem Brustring trägt. Und dann ist er automatisch einer von uns. Und dann kommt dazu, du hast ihn erlebt in Interviews, auf dem Platz, weiß ich nicht, in verschiedenen, das sind ja keine Podcasts, sondern so YouTube-Formate. Und du hast das Gefühl, das kann doch einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht sein, dass Atakan Karasor so was macht. Das kann nicht sein. Das ist überhaupt nicht der Typ. Aber wir haben ja schon mal gesagt, wer ist denn der Typ, der hat Menschen vergewaltigt? Also manchen siehst du es vielleicht an, aber den wenigsten siehst du es an, sonst würde es halt nicht so viele davon geben. Das heißt, du kannst es nie ausschließen. Aber trotzdem habe ich schon auch, du hast es Prokult genannt, habe ich schon auch irgendwie so dieses Gefühl, ihn schützen zu wollen. Vor allem, wenn ich dann auch noch signalisiert bekomme von Sven Wissentat, für uns ist nach dem, was wir gehört haben, die Sache klar. Wir lassen ihn trainieren, wir lassen ihn spielen. Er ist vollwertiges Mitglied unserer Mannschaft und dementsprechend kann er auch spielen. Wenn das jetzt bei einer anderen Mannschaft wäre, hätte ich glaube ich nicht so viel Verständnis, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, vielleicht ist es nicht so klug, ihn spielen zu lassen. Also vielleicht ist es besser, du lässt ihn draußen sitzen. Und da möchte ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Und ich habe mir dann tatsächlich die Mühe gemacht, ich habe leider im Umfeld, im näheren Umfeld eine Bekannte, die ist Betroffene. Und mit der habe ich darüber gesprochen und ich kann gleich dazu sagen, sie kannte den Fall nicht, sie hat mit Fußball nichts am Hut, dementsprechend weiß ich auch nicht, wie hat der Kankara so, dass wir ein bisschen Tat oder die Werder-Ultras sind. Also die geht da komplett unbefangen ran und ich habe mir das so ein bisschen geschildert und die meinte dann zu mir, ja, also ich finde es scheiße, dass er spielt. Dann habe ich halt ihr so erklärt, ja, aber wie willst du das denn machen? Der muss ja weiter trainieren und wenn sich jetzt herausstellen würde, er ist zu Unrecht beschuldigt, kannst du ihn doch nicht die ganze Zeit sozusagen außen vor lassen. Und dann hat sie gesagt, doch, finde ich schon. Und dann habe ich ja versucht, das zu erklären, dass es in Spanien sehr lange dauern kann, bis es zu einem Verfahren kommt, bis zu zwei, drei Jahren, und umständlich ist dann deine Karriere im Arsch. Also wenn du zwei, drei Jahre nicht mehr kicken kannst, nur trainieren kannst, weiß ich nicht, also ob du dann noch Bundesligaspieler bist danach. Und dann meinte sie, und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, das ist total blöd für ihn, ganz klar, aber ihr ist das erstmal egal, denn aus ihrer Sicht ist es so, ja, dass es halt wirklich viele Täter gibt, die gehen straffrei aus, weil den Opfern nicht geglaubt wird. Ja, und jetzt geht es in dem Fall einfach nicht nur um Atakan Karasor, ja, sondern dadurch, dass er Person des öffentlichen Lebens ist, wird sein Fall zum Beispiel für den Umgang mit sexuellen Straftaten in unserer Gesellschaft, ja, und natürlich ist es ungerecht und juristisch, im juristischen Sinne, sage ich mal, nicht richtig, wenn er jetzt nicht spielen dürfte, aber das ist dann nun mal so, und sie meint halt einfach damit, wenn du jetzt praktisch einen Beschuldigten weiterhin so in der Öffentlichkeit miterleben kannst, wenn du sehen kannst, wie er weiter Fußball spielt, dann sendet das schon auch ein Signal an viele Opfer. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Da kann er nichts dafür. Ja. Er kann überhaupt nichts dafür. Das einzige Problem, was er hat, ist, dass er eine Person des öffentlichen Lebens ist und am Ende dann vielleicht zum Bauernopfer werden könnte. Und ich sage jetzt gar nicht, ob sie damit recht hat oder nicht, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin fast schon verzweifelt, weil ich gerne eine Antwort haben würde für mich. Also ich würde gerne sagen können, so muss es sein, anders geht es nicht. Und da bin ich aber nicht. Also so weit komme ich halt noch nicht, weil ich halt einfach zu wenig Fakten kenne. Und das macht es so schwer, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, der Missentat sollte mal lieber die Klappe halten und sich jetzt nicht zu diesem Banner äußern. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde es so scheiße, dass wir in der Situation sind. Und ein Stück weit hat Atakan Karasor die Situation schon auch mit verursacht. Also er ist ja nach Ibiza gefahren, er hat mutmaßlich dann sich dem Mädel angenähert, wenn es stimmt, was man hört. Und das ist jetzt alles so Gossip. Hätte das ja eigentlich nicht machen dürfen, weil er zu Hause eine Freundin hat. Und dann entsteht diese Situation. Also er ist natürlich jetzt nicht ganz unschuldig, dass es überhaupt erst so diese Nummer kam. Und ja, ich werde jetzt nicht abschließend dieses eine Statement haben und sagen, so musst du es machen, dann ist es richtig. Ich glaube, wir müssen uns in der ganzen Situation von den Kategorien richtig und falsch verabschieden, weil ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Wir wissen nicht, was passiert ist. Vermutlich wird irgendwann, wird es einen Rechtsspruch geben und dann wird immer noch nicht klar sein, was passiert ist. Und es wird immer noch Leute geben, die sagen, nee, aber das passt doch alles gar nicht. Und der VfB hat aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, auf die Situation zu reagieren. Entweder man sagt, der Spieler spielt nicht, solange ein Urteil gesprochen wurde oder er komplett entlastet wurde oder der Spieler spielt, sobald er sportlich dazu wieder in der Lage ist. Und der VfB hat sich jetzt für eine Variante entschieden. Die kann man scheiße finden, die kann man richtig finden. Aber richtig oder falsch finde ich da wirklich schwierig. Und solange die Möglichkeit im Raum steht, dass er nichts gemacht hat und fälschlicherweise beschuldigt wird, kann man so verfahren wie der VfB. Und natürlich, du hast recht, die Statistik sagt natürlich, dass Männer falsch beschuldigt werden und haben nichts getan. Die ist halt verschwindend geringt. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch Fälle, wie zum Beispiel bei dem Jörg Kachelmann, bei dem ist genau das passiert. Und auch, muss man dazu sagen, auf spanischen Baleareninseln da gibt es häufiger dann auch mal solche Berichte, dass es da fast schon ja, mafiöse Strukturen gibt, die solche Situationen provozieren und anschließend dann versuchen, das über finanzielle, ja, wie soll man sagen, also über Zahlungen so zwischen Opfer und vermeintlichen Täter irgendwie so aus der Welt zu schaffen. Aber allein, dass ich das schon wieder sage, da fühle ich mich schon schlecht. Natürlich fühlt man sich da schmutzig. Weil man ja jede wirklich betroffene Person damit diskreditiert. Ja, und ich bewundere da wirklich Leute, aber dann eher negativ, wie Leute im Fanblock, die sagen, Karasor ist der Täter, wie ich genauso dann auf Leute wirklich mit großer Bewunderung schaue, die sagen, ich bin felsenfest davon überzeugt, er hat nichts gemacht. Also ich meine, wie sollen wir das denn, wie wollen wir davon überzeugt sein? Das geht ja nicht. Also es kann sein, er lügt, es kann sein, sie lügt, vielleicht zeigen auch beide die Wahrheit und es passt ja trotzdem nicht zusammen. Ja, klar. Und deswegen, es wird kein richtig oder falsch geben. Die ganze Sache ist, eine komplette Vollkatastrophe, in der es halt tatsächlich nur Opfer gibt, selbst wenn es Täter gibt. Also ja, und ich bin tatsächlich froh, dass der VfB zumindest einen konsequenten Weg gefunden hat, mit dem Spieler umzugehen. Den kann man halt wirklich schlecht finden, aber man hat einen Weg gefunden, den man jetzt auch vertritt und auch gemeinsam vertritt und nicht dieses übliche VfB-Wischiwaschi, wir warten mal bis zur Länderspielpause, ach nee, jetzt hat sich auch nichts gesagt, dann warten wir vielleicht nochmal vier Wochen länger, ach immer noch nicht. Also nee, man hat jetzt einfach eine Entscheidung gefällt, und die hinter der steht man, kann man gut oder schlecht finden, aber man macht sie immerhin konsequent. Ich meine, das ist das Positive, da gebe ich dir absolut recht. Und was mir noch aufgefallen ist, dass ich bei manchen Personen schon das Gefühl habe, dass es schon gar nicht mehr um das Urteil geht, sondern dass eigentlich, ja, diese Ermittlungen und dann vielleicht ein Prozess, dass das eigentlich schon ausreicht, um ein Urteil zu fällen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also, das kann ich dann auch wiederum nicht akzeptieren. Ich verstehe die Sichtweise meiner Bekannten, die halt sagt, okay, das sehe ich natürlich als andere Opfer, auch Opfer, die eigentlich den Täter kennen, ihn auch angezeigt haben, aber man konnte es ihm am Ende nicht nachweisen. Und die denken dann, okay, das ist genau das, was ich auch erlebt habe. Und wiederum dann vielleicht mal eine Person, die in Zukunft betroffen sein könnten, die sich dann zurückerinnern, wie lief das denn damals? Okay, dir glaubt eh keiner. Also, das ist alles irgendwie, das ist einfach scheiße. Und ich wünsche mir nur eins, dass das so schnell wie möglich geklärt wird. Und ich bin gespannt, wie das mit Atta hier weitergeht, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch in Zukunft weitere Spruchbänder zu dieser Thematik geben wird. Und umso mehr das natürlich dann diskutiert wird und auch in Fanblöcken halt einfach zur Sprache kommt, umso mehr wird es dann auch wahrscheinlich öffentlich diskutiert, sei es jetzt dann mal bei so Sendungen wie Doppelpass oder was weiß ich. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, ob sich der VfB damit ein Gefallen getan hat und auch Atta Kankarasor, wenn sie den Spieler einsetzen. Aber das, warten wir jetzt erstmal ab, ist noch keine Wertung von mir, sondern ich bin im Endeffekt total verzweifelt, sage ich dir so, wie es ist. Ich wünsche mir einfach so sehr, dass diese Nacht, und das ist komisch, dass ich das sage, aber ich wünsche mir so sehr, dass ich diese Nacht rückgängig machen könnte für Atta. Ja, ja, natürlich. Aber es ist halt jetzt wie es ist. Es ist einfach scheiße. Bis zum nächsten Mal.